wir haben uns doch abgesprochen wer zuerst darf und so Prozent egal wir können wir wohl nichts mehr dran ändern beim nächsten Mal lässt mich mitmachen wir haben um liebe Zuschauer denkt es bitte nicht dass ich total krank bin er ist natürlich gar nicht wahr oder so ja auf keinen Fall komm mal her ja 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 oder haben wir oben jetzt da ist der Dungeon ich habe ja wir haben in dem Haus eine zweite Nürz Leute ich habe hier so ein altes Relikt gefunden da ist so ein Opa Old Man ja genau nicht anklicken okay okay klick ihn an Tom weil hier ist eine Ruine mit ganz vielen Vasen und Old Man der verfolgt mich Hilfe ich renne weg und der will und wenn ich den anklicken dann passiert was der hat nur 250 HP Dany du bist übelst leise ich weiß nicht was du da machst mit deinem Mikrofon gar nichts jetzt geht es plötzlich wieder ja was soll ich denn machen ich vergewaltige es doch nicht so 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 wie Clemy hey kommt mal her kann ich hier nicht irgendwo so ein Teleporter aufstellen dass ich euch herporte nee du bist übelst weit weg Dany ne bist du wieder oben gespawnt ja ja und jetzt mal deinen Spawnpoint da oben also stirbst du überhaupt so oft äh das kann ich erklären nee kannst du nicht stimmt kann ich nicht jetzt kann ich hier drei Jahre warten alle Leute werden sich langweilen bis ihr da seid ja alles nur wegen dir sing so lang etwas hört ihr hört ihr liebe Zuschauer liebe Zuschauer Dany verschwendet eure Zeit hässiert ruhig gegen mich auch auf jeden Fall sing so lang irgendwas alle meine Entchen ich kann nicht singen yeah das war ein super tolles Lied gebt's ruhig zu ja ich kann sie dann Geld farmen mit dem Schleim die Säge die Säge die Säge okay ich auf mach die Säge sag mal Dany Clemy lass uns den Boss beschweren ohne Dany okay haha tja du Larbarsch du kannst ihn sowieso nur nachts beschweren ja dann töte ich jetzt den alten Mann der hat nur 250 HP wie willst du ihn töten? ja der hat nur 250 HP ja und du kannst ihn aber du kannst ihn nicht angreifen egal ich will ihn aber angreifen Köpfen und so da ist der der alte Mann siehst du ihn? ja oh mein Gott äh nein was ist das denn für Nerden was passiert wenn ich links weitergehe? nicht ansprechen was passiert wenn ich jetzt links weitergehe? keine Ahnung äh dann stirbst du weil dieser Boss noch nicht besiegt ist also dann kommt der Boss und macht dich One-Hit mit 9999 Damage wir können also nicht rein ins Haus nicht dass ich schon mal ausprobiert hätte oder so das ist ja nicht für Glück hey jo kann man die Steine angreifen hey jo ich bau das ab ja das kann man abbauen das ist aber auch nur Deko okay hey geil ich bau das ab und dann bau ich da mir unten so richtig geile Pace oh man zu deinen eigenen Dungeon bauen ja klar man die Hintergrundsäulen die enden dann in der Luft ich will dass das Haus einstürzt dann hehehe sag mal Dani wie lange brauchst du noch? nö das ist fast wie Minecraft wir können nicht in das Haus reingehen da sind aber ganz viele Vasen die ich öffnen will naja das hat ja noch Zeit ich bin ja fast los dann könnten wir wieder könnte ich eigentlich rein und du willst nur nicht dass wir uns alles nehmen ohne dass du es dir holen kannst verdammt du hast mich durchschaut okay ich geh jetzt rein nein du kannst zwar schon rein aber wenn du tiefer reingehst dann äh also dann wirklich ohne Scheiß dann kommt der Boss wenn ich tiefer reingehe aber ich kann ins erste Haus rein oder? ja dann kommt so ein drehender Kopf auf dich zugeflogen und tötet dich aber ich bin ja schon fast da ja warten wir noch den kurzen Augenblick ähm ich sollte vielleicht mal meine Spitzhacken zu machen da muss man nachher so Aufzugmusik so Wartestange Musik einbauen hehehe genau ne ich glaube das mag ich nicht oder noch so ein Zeit-Counter wie lange ich gebraucht habe da über diese Zusatzfeatures ja ja nur weil du so foul bist natürlich die Zeit sieht man ja schon an einem Video-Ding jetzt wie lange du brauchst stimmt kommt Schleime krepiert da ist er da ist er da nicht so da ist der Mann warte wir können auch oben die Lampe abbauen eins oh Moment der Mann ist grad ins Haus gegangen Lampe ich hab ne Lampe können wir ich hab keinen Hammer bau die Lampe hier auch noch ab das ist einfach er den Block da drüber abbauen ah ok ah ok dann können wir das nachher in unserem Haus einbauen ok ich hab mich was machst du ja so jetzt jetzt hier rein zu dem Mann ok 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 ähm alle bereit warte 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 Bücherregale ja stimmt die Bücher kannst du mit dem Hammer abbauen das ist auch ganz ne ganz nette Deko da oben ist noch ne Lampe geil ich hab kein Hammer verdammt ich hab einen ich baue es ab los baue es ab du hast drauf hier kein Platz mehr Bücher da was will ich mit dem Buch man Bücher werden mit Hammern zerstört jäh du hast ne Hammer und schaust damit auf dein Bücherregal egal lass uns jetzt klingt doch logisch los lass uns den Mann anlabern jetzt jetzt theoretisch könnten wir hier links sogar noch weiter warte 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 ich will mehr Steine haben ich brauch schon ein bisschen mehr Platz zum Rennen weil wir können nicht auf einem Platz bleiben siehst du gleich okay das ist ein Bosskampf das ist ein Bosskampf das ist ein Bosskampf ey nicht nach unten du Hälsens kann man doch nicht in einer geraden rennen du du Noob bist du so ein Noob oh mein Gott ähm ihr habt genug zum Fressen dabei ansonsten hab ich noch paar Pilze ich hab zwei Halldrehen und elf Pilze okay passt allerdings ähm ich zieh die mir mal grad ein bisschen weiter runter weil die Spitzhacke brauche ich jetzt ja nicht mehr so perfekt ähm wie sieht's bei dir aus nicht dass du verreckst äh das wird aber schon noch passieren das seh ich schon kommen also jetzt wie viele Pilze habe ich mampft dir auf Recast und du sie dir auf irgendeine schnelle Hotkey Taste legen ja okay gut 8 jetzt passt du jetzt mampft mal ein du hast nur 52 Leben und deine auch krass ich bin der einzige mit nahezu vollen HP ich hab 113 was reicht dicke ja aber nur von 114 ja aber mir fehlt nur ein Herz das passt ok also ahja wir können den nur nachts beschwören äh wir wollen das eben im Server einstehen so lange wollen wir nicht die User warten lassen ok so ja ne muss schon ganz drüber und dann müssen wir trotzdem noch ganz kurz warten bis ja so ok jetzt noch kurz warten dann ist nachts jetzt ist nachts die Nachtmusik äh gleich werden uns erstmal Augen und so auf den Sack gehen also ja da kommt schon die ersten Zombies also dann mal go alter jetzt lass doch mal die Tür öffnen dann go oh oh was müssen wir jetzt machen Boomerang oder? hopp joa gibt's immer Boomerang äh nein Boomerang gibt irgendwie nicht so viel äh ah ihr Noobs ihr habt nicht die Heiltränke benutzt das war wohl nichts Scheiße wir können nur einmal beschwören äh jetzt das war wohl nichts ähm ja wie kann man den bitte besiegt den kann man doch gar nicht ausweichen ja wir haben keine Rüstung jetzt viel zu wenig Leben wir brauchen mehr Leben na super ich will den nochmal besiegen oh das war gerade eine bittere Erfahrung weil dann müssen wir an den anderen also wir haben übelst viel Geld verloren äh ich leg mal das Geld so zusätzlich zu der Kiste noch rein hier wenn jemand ist gerade in der Kiste drin ja ja ich hab noch ein bisschen Silber da so gut ich gehe mal ganz kurz essen ich bin gleich wieder da okay bis gleich joo ciao ähm wir könnten noch ein bisschen mit TNT rumspielen ja aber ich würde sagen das machen wir später und wir beenden erstmal die Aufnahme hier tschö tschö Leute ja tschö so wir hatten einen ganz kurzen Schnitt und es geht auch direkt weiter und zwar wollten wir uns ein bisschen aufpowern indem wir ganz viel Zeug sammeln lassen uns mal wieder unsere Mine gehen und äh bisschen weiter oben einige Schächte einfach mal erkunden jääääää jääääää sagen wir auf dieser Höhe ungefähr hier äh rechts oder links hier obwohl ich gerade bin Da waren wir aber schon... Oh, da ist Eisen. Mh, ich muss mal grad wieder austauschen. Alles ein ganzes altes Inventar wieder einbaut. Perfekt. Dann wird nun 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 abgebaut. Wir sehen irgendwie aus wie so Power Rangers, was auch immer nur aus der Mitte alles. Power Rangers. Pussies und Angels. Das erinnert mich total an das Lied von CodeMirror. Ja. So. Hier an der Seite ging es glaube ich noch weiter. Oh, ja. Wir müssen auch noch mehr solche Kisten finden mit wertvollen Sachen drin. Höhlen Adventures. Oh, ich hab Gold. Jetzt mit 500% mehr Höhlen. Wo bist du? Ja, ja, ja. Wenn's ums Gold geht. Auf jeden Fall. Ohne Spaß, ey. Kommt ihr? Ja. Ne, ich baue eben noch das Gold hier ab. Denkt dran, der Bumerang ist glaube ich eine... Ups, ich hab grad daneben geklickt. Ich glaube der Bumerang ist eine sehr tolle Waffe. Besser als das Schwert. Weil Baum. Klingt logisch. Wir brauchen Herz. Ganz viel Herz. Ja, hier muss irgendwo noch eins rumliegen. Damit übrigens schon 6 Gold, glaube ich. Ja, aber den Minen-Ham-Honels sei jetzt glaube ich eh nicht. Können das glaube ich hier Dynamite oder so verbrauchen. Ja, das wird aber glaube ich weniger bringen. Ein Gaylord, ein Gaylord, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Nein! Hier hoch. Okay, gehen wir hoch. Ah, verdammt. Ist ja grad echt schlecht. Ja, ich knabbe jetzt auch mal ein bisschen in meinem Pilz. Ja, natürlich, ey. Ja, jetzt werd ich, jetzt werd ich von Schleim getötet. Verdammt, Höhle kommt mir bekannt verdammt vor. Äh, verdammt. Bekannt verdammt. Okay. Wieso lässt du dich töten? Verdammte Hölle. Verhöllte, verdammte. Ups. Ah, ich sag nix mehr. Ja, genau, eben hier. Verdammte Hölle, wieso lässt du dich töten? Ich bin runtergefallen. Mann. Ja, ja. Wieso haben wir jetzt 2'n da, ist es in unserem Raum? Warum nicht? Die eine hat sich so einsam gefühlt. Nee, wir hatten noch das Geld für ne zweite. Ah, Gangbang oder wie? Nee, wir hatten noch das Geld für ne zweite. Ah, so, so. Let's go, go. Clemmy. Go, go. Trefft das ganz gut. Disco Pogo. Wieso denke ich jetzt daran? La, 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 la. Ach, mein Spiel. So, jetzt geht's weiter. Hoffentlich nicht mit weiteren Verbindungsproblemen. Ähm, ja. Who's, Clemmy, who's? Ja. Ja, also theoretisch müsste es jetzt fließend weiter funktionieren. La, 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 la. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kopfer, Kopfer, Kopfer. Kopfer ist unwichtig. Töt du die Monster. Ich nehm' das wichtige Zeug. Nein. Los, Glaube. Ja. Du bist dran. Dass ich im Dunkeln stehen. Dani Mon. Du bist dran. Yay. Mach Aqua Knarre. Los. Dies ist nicht sehr effektiv. Schade. Versuch was wert. Gibt's denn nen Taucherhelm, dass man unser Wasser atmen kann? Nein, aber es gibt Items, womit du schwimmen kannst. Also, dann kannst du im Wasser jumpen. Ah, okay. Nice. Das ist wirklich ganz praktisch. Hooray. Wir fluten das Becken. Es muss besser geflutet werden. Und schneller. Wow. Oh oh. Oh, Clemy. Was? Was? Ich spiele eine Küste. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keinen Hammer, Alter. Ich hab keinen Hammer. Clemy. Hey. Rüderlich teilen. Oh, Gold, 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 Gold. Hey cool, ich hab das Ding bekommen, was Clemy zerstört hat. Danke Clemy. Ja, kein Problem. Hooray, 180. Ich werde dich mit einer Spitzhacke tippen. Ja, cool. Woah. Ich bin gestorben. Mann. Wie gut, dann hab ich dann das ganze Gold für mich. Nein. Doch. Genau. Ich krieg aber den nächsten Gold, Rüst. Ja.